So ein Ding habt ihr wahrscheinlich alle schon im Sport irgendwann mal getragen und nicht nur zum Sport, es sind ja Modeartikel mittlerweile geworden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten und was die alle können und was sie messen, darum geht es in diesem Video. Variables, was bringen sie eigentlich? Variables sind ja Gegenstände, die man am oder auf dem Körper trägt und die Werte von mir oder von uns erfassen. Körperliche Werte, physiologische Parameter, um daraus Schlüsse zu ziehen, möglicherweise, wie tickt mein Körper, was hat er gerade für eine Belastung, wie ist seine Leistungsfähigkeit, wie ist seine Regenerationsfähigkeit. Also es wird uns ja unheimlich viel versprochen. Und die Frage stellt sich natürlich, was bringen diese Dinger denn wirklich? Es gibt sie ja in unterschiedlichen Qualitäten und Formen. Die klassische Form ist ja die, die ich gerade fast in der Hand habe. Das gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist die Uhr, die sogenannte Fitness-Uhr, auch Fitness-Tracker. Es begann ja vor fast 60 Jahren mit den ersten Schrittmessern, die so auf den Markt kamen, damals zu Olympischen Spielen in Tokio. Dann ging es immer weiter und mittlerweile haben wir ja eine ganz hohe maximale Digitalisierung. Aber sie basieren erstens natürlich darauf, dass Körperparameter erfasst werden, über Hautkontakt beispielsweise, Temperaturen, Frequenzen, Wärmeveränderungen, all diese Dinge. Sagt man uns, dass sie erfasst werden können in hoher Qualität oder es gibt natürlich das klassische Tracking, oben Satelliten am Hebel, GPS und dann werden quasi unsere Distanzen, die wir zurückgelegt haben, dort erfasst. Und da bekomme ich immer ganz viele Informationen auch von Menschen, die mir immer mitteilen wollen, wie gut sie unterwegs waren am Wochenende mit dem Rennrad, mit dem auf der Joggingstrecke. Weil das doch relativ leicht zu kommunizieren ist und man schon auch schön dokumentieren kann, hör mal, das habe ich getan. Und daran erkennt man auch schon so ein bisschen, was dahinter steckt. Man misst sich selber, man bekommt Informationen über sich selber. Und es gibt natürlich eben aber nicht nur die Ohren, es gibt mittlerweile viele Weiterentwicklungen. Man kann mittlerweile Dinge auf dem Körper tragen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, die Fußballprofis laufen manchmal mit Rucksäcken durch die Gegend. Auch das dient ausschließlich der Datenerfassung, um zum Beispiel Geschwindigkeiten zu ermitteln, Laufstrecken zu ermitteln. Das wird natürlich in Fußballstadien mittlerweile auch sehr exakt zelebriert, indem viele Kameras beispielsweise Messwerte erfassen, weil das natürlich über neue Technologie noch alles möglich ist. Es gibt mittlerweile Brillen, mit denen man kommunizieren kann, also Datenbrillen, die mir auch Informationen geben können. Da ist die Entwicklung noch nicht so weit. Ich habe mal so eine aufgehabt. Muss man sich dran gewöhnen. Wahrscheinlich sind Brillenträger da eher dran gewöhnen als ich. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es schon etwas anderes, dort in der sportlichen Aktivität Informationen plötzlich zu bekommen, auf diese Art und Weise, als das, was mir bisher präsent war. Also, die Industrie arbeitet an neuen Konzepten, an neuen Strategien, an neuen Tools, um Körperinformationen zu geben, physiologische Informationen uns zu geben. Das ist natürlich nicht falsch, denn es werden Parameter erhoben wie Herzfrequenz, wie Laufstrecke, wie EKG-genaue Signale mittlerweile sogar. Und es gibt auch das Thema Sauerstoffsättigung. Habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört, dass wir Informationen dazu gegeben haben, wo liegt eigentlich die Sättigung meines Blutes mit Sauerstoff? Und das wird anhand von, ja, photoelektrischer Analyse quasi des Blutes über die Haut quasi vorgenommen. Wie exakt es ist, das bezweifle ich immer noch, wenn man gerade den goldenen Standards der Medizin dort mit einbezieht. Ich glaube, da haben diese einfachen Tools einfach große Schwächen. Gerade, wenn man sehr tief in den Körper hineinragt, weil alles andere wäre auch viel zu teuer. Und vor allen Dingen, ja, wäre das dann sehr messtechnisch aufwendig. Und das können in der Regel richtig, meines Erachtens, aktuell nur Labore, wo es mal einfach hinfahren, hinführen wird. Das kann ich auch noch nicht sagen, aber wahrscheinlich wird es weitergehen in der Entwicklung. Was halte ich davon? Ja, schwierig zu sagen. Einerseits für Fitness- und Breitensportler ein wunderbares Tool beispielsweise, um erst einmal in den Sport reinzukommen, um zu erkennen, wo stehe ich eigentlich? Was habe ich für eine Belastungsgröße? Was habe ich für eine Belastungsdosierung? In welchem Bereich bewege ich mich am besten? Was tue ich? Was leiste ich? Also, Sie haben schon so ein bisschen die Qualität, mir erste grobe Informationen über mich selbst zu geben. Und das wirst du selber einschätzen, wie viele Schritte man heute gegangen ist, selbst das gelingt uns ja kaum. Oder in der Belastung einzuschätzen, wie ist die Herzfrequenz gerade, auch das ist schwierig. Und das können solche Geräte unterstützen, insbesondere um das Training effektiver zu gestalten, die Belastung effektiver zu gestalten und auch, um mich zu motivieren oder zu dokumentieren, Was tue ich? Und vielleicht sogar über Push-Nachrichten mich zu aktivieren, zu informieren, zu benachrichtigen oder ähnliche Dinge. All das ist möglich. Also, eine Informationsquelle par excellence, sowohl über externe Informationen als über meine eigene, das leisten diese Geräte. Nachteile gibt es natürlich auch. Ich gebe die Daten weg. Wer weiß, wo sie hinlaufen? Wer weiß, wer sie auswertet? Also, und das muss man sich wirklich fragen, will ich meine innersten Werte eigentlich weggeben zu jemandem oder in eine Blackbox, wo ich nicht weiß, wo sie landen? Ich bin natürlich vernetzt mit einer Community, wo ich nicht weiß, ob die mir immer nur Gutes möchte. Ob sie vielleicht diesen Zugang zu mir nicht auch missbrauchen oder nutzen, um mir irgendwelche Software oder Hardware aufzuoktuieren, die mir vielleicht dann doch, die man auch unter dem Aspekt Missbrauch möglicherweise artikulieren könnte. Also, natürlich ist Vorsicht geboten bei solchen Dingen, wenn man solche ganz persönlichen Daten wirklich preisgibt. Und wir wissen ja, über Kontodaten sind wir sensibel, aber genauso sollten wir mit unseren gesundheitlichen Parametern auch umgehen. Denn viele Industrieorganisationen haben großes Interesse daran, natürlich wird immer so schön gesagt, Personalisierung des Angebotes, ja, an eure Daten und mit euren Daten etwas zu tun. Also, Variables super, insbesondere für ambitionierte Leistungssportler oder Breitensportler, die brauchen das, Spitzensportler sowieso. Da ist Diagnostik und Trainingsteuerung natürlich das A und O. Für Anfänger und Anfänger sehe ich es insbesondere unter dem Aspekt der Motivation, der beginnenden Eichung. Aber eins darf man nicht tun, die eigene Körperwahrnehmung verlieren. Und umso wichtiger ist es, hier eine Kombination herzustellen zwischen eigenen Empfindungen, der Belastbarkeit, der Form, der Ausgangssituation gerade. Und das zu verbinden natürlich dann mit Daten, ich glaube, da macht das Sinn. Aber immer achtet eurem Körper, denn Achtsamkeit kann man nicht an eine Apparatur oder ein Messgerät abgeben. Und das zu verbinden, ich glaube, da kann man nicht an eine Apparatur oder ein Messgerät abgeben.